ja herzlich willkommen bei der zweiten ausgabe von vinyl und news dem info format hier auf meinem youtube channel wo ich euch gerne auf dem laufenden halten würde was bei uns so in der clubhouse app im vinyl und club los ist heute geht es um die vorstellung von einem ganz neuen format auf clubhouse sozusagen das vierte im bunde des clubs und das ganze wurde bei der letzten sendung angekündigt in der knister ecke und nennt sich vinyl und community das vinylistische quartett und ihr solltet unbedingt dabei sein wenn das erste vinylistische quartett tagt und zwar wird das am 6 märz 2022 von 19 bis 20 uhr 30 sein und in diesem video möchte ich euch mal so ein bisschen erklären wasser ungefähr unser konzept ist zunächst mal ist es so dass ich die sendung mit einem festen moderator kooperativ gestalte ideengeber der ganze sache war nämlich der liebe wolfgang bekannt als vinyl and a wolf bei instagram wir haben zusammen unsere ideen zu diesem konzept über wochen zusammen gerührt und sind nun bereit sie euch zu präsentieren das ganze soll immer am ersten sonntag im monat stattfinden und es gibt verschiedene rubriken die natürlich auch wie gewohnt mit jingles eingeleitet werden manche rubriken sind fest das heißt die werden in jeder sendung dabei sein und ein paar andere rubriken die werden wir so nach und nach euch präsentieren und sendung für sendung immer mal wieder eine neue reinbringen was auf jeden fall integraler bestandteil ist ist dass wolfgang und ich zwei weitere leute aus der community daher auch den name einladen und wir zusammen nicht wie das literarische quartett das als namensgeber fungiert hat über bücher sprechen sondern eben über vinyl und unsere ersten beiden gäste die wir eingeladen haben das sind der liebe patrick von dem youtube channel sound and grooves und der liebe lars von dem nadelneuling dem vinyl podcast und so ist unsere viererrunde komplett und das ganze wird so beginnen dass wir nach einer kleinen vorstellungsrunde alle eine platte unserer wahl vorstellen ein schätzchen ein liebling aus unserer sammlung dass wir besonders highlighten möchten mit euch wir diskutieren drüber und das spannende ist dass wir alle eben in unsere platten vorher auch intensiv rein gehört haben und da nicht nur untereinander sondern auch mit euch im clubhouse gerne in austausch treten wollen vielleicht kennt ihr die platte auch vielleicht ist sie auch in eurer sammlung vielleicht möchtet ihr sie kennenlernen habt fragen dazu ein fluffiger austausch über eben diese vier platten außerdem ist es auch möglich dass ihr selbst eine platte im clubhouse präsentiert sozusagen die platte des monats und wir freuen uns natürlich besonders wenn ihr die vorher bei uns anmeldet es wird dann also auf meinem instagram profil von rusty nail 82 eine story geben wo ihr die publikumsplatte vorher anmelden könnt und wir würden dann natürlich auch versuchen noch in die platte vorher rein zu hören wenn es die zeit reicht und gehen dann gerne mit ihren austausch sowas ist auch spontan möglich also wenn du abend kommst und ganz spontan irgendeine platte neu hast oder schon länger kennst und die gerne mal zeigen möchtest dann kannst du dich auch melden und wir schieben die einfach mal so rein ja dann wird es eine weitere feste rubrik geben die nennt sich fast forward wir werden in dieser rubrik euch verraten was wir so alles vorgestellt haben und auch wo um euch da so ein bisschen tipps und beratung zu geben falls ihr an der musik auch interessiert seid und euch dafür begeistern könnt und ansonsten noch eine weitere feste rubrik und das ist was ganz ganz besonderes und das nennt sich sneak preview und zwar ist es so dass der wolfgang durch seine arbeit im musikjournalismus die möglichkeit hat vorab in platten rein zu hören die quasi er noch exklusiv hören darf während die quasi noch gar nicht veröffentlicht sind ja und kann euch dann schon mal so einen ersten sind erstes sneak preview ebenso eine ersten eindruck geben was er von der platte hält wie die songs so sind und was da so auf euch zukommt was natürlich ganz besonders spannendes ja und ansonsten werden wir einige rubriken durchwechseln wir probieren jetzt in der ersten sendung mal eine aus die nennt sich der liebling den ich hasse da geht es darum dass wir eine platte uns aussuchen ist noch nicht bekannt welche wir da nehmen also lasst euch mal überraschen die sozusagen als common sense sehr beliebt ist ja die gerne von leuten gehört wird die eine große fanbase hat wo es aber durchaus auch mal leute gibt die sie nicht so mögen und wir möchten damit euch ja in eine kontroverse eintreten in dem mindestens einer aus dem quartett diese platte eben überhaupt nicht mag und wir werden mal versuchen sie zu zerreißen zu verteidigen ja und sind gespannt wie eure meinung dazu ist ja es wird noch weitere rubriken wie gesagt geben und die werden so nach und nach kommen werdet ihr wieder in den sendungen kennenlernen oder werden hier mit videos schon mal vorgeteasert also seid gespannt was da noch alles kommt die jingle maschinerie ist jedenfalls hier massiv am glühen seid gespannt ja das war es heute mit dem kleinen infos video über den ersten talk der auf euch zukommt vinyl und community das erste vinylistische quartett am 6 märz um 19 uhr bis 20 uhr 30 seid unbedingt dabei abonniert diesen channel wenn ihr es noch nicht gemacht habt um auch in zukunft informiert zu sein wenn es neue news aus dem clubhouse gibt liked unbedingt auch die videos bevor ihr wieder weiter zieht denn ihr wisst ja selber wie die youtube algorithmen so funktionieren und wir freuen uns natürlich wenn durch viel gelikte videos viele leute hier von dem clubhouse erfahren aktiviert auch die glocke dann seid ihr als erstes informiert wenn es was neues gibt ihr kennt das spiel und ja wenn euch das neue konzept gefällt schreibt doch gerne mal auch was in die kommentare hier zu dem video und lasst uns wissen wie das so bei euch ankommt vielleicht habt ihr ja noch coole ideen die wir gerne aufgreifen denn das ding heißt ja community also wir möchten das auch für euch mit euch gestalten und auch wenn ihr selber mal beim quartett dabei sein wollte und da interesse habt unbedingt gerne melden also wolfgang ich freuen uns wahnsinnig auf euch seid unbedingt dabei bei der ersten sendung verpasst das nicht unbedingt live anschauen und ja ich würde sagen bis dann ciao